Mein Spiel ist... Man versteht kein Wort. Ach, fick dich. Na, du Gatschnitte? Oh, scheiße. Der Doktor ist da. Lack gehabt. Oh, ja? Ja? Aktive Mission auszuführen. Leut. Ja, schön. So, haben wir gemacht. Ah, ja. Bei dem, bei dem... Naja, richtig prolei, Alter. Der ist ja auch bei Borderlands 2 wieder. Ja? Nice. Bei dem DLC, da gibt's einer, der heißt Dr. Ned. Der sieht so aus wie Ergen mit Schnurrbart. Das ist richtig geil. Aber ist auch sein Bruder. Ich heiße Seth. Das ist derselbe, glaub ich sogar. Nein, nein, das ist sein Bruder. Das ist wenn du die Trailer geguckt hast. Aber ich halte die Mitstationen hier am Laufen. An diesen Automaten kannst du alles kaufen, was ein Arzt auch verschreiben würde. Ja, ja. Ohne die alte Predigtmarke. Die Kamer rastet immer voll aus. Die werden sich den Tod holen. Oh, ich weiß gar nicht, wenn ich zuhören soll. Du kannst ihn nicht annehmen. Aber mit einer Kugel im Leib... Der Clack hat er schon. Du mo-, ich hab die angenommen. Wisch? Ist doch schon, kann doch schon. Okay, los geht's. Ich hab sie angenommen. Los, egal, schnippen. Obst, da bin ich voll ans Mikrofon gekommen gerade. Alter, bei den Gags wird nachher scheiße, ne? Bei der Einwäge. Du weißt, das ist voll da. Scheiße. Ah, toll, Tom, ey. Ich hab nur 5 Minuten, das jetzt gespielt. Weiß jetzt noch irgendwie gut. Oh, bei den Gags wird's mach bei der Einwäge. ich will das schild haben bleibt immer beim dings beim das ist schlechtes video material ja das ist doch der dieser engel ist es doch bestimmt diese so jetzt könnt ihr machen ja gtf jetzt kannst du es zweimal bestätigen es wird jetzt voll leichter nicht zuviel specks töten macht fast kein damage ich mach auch kaum damage ich will ich damit schon mal noch im nahkampf machen auf zurück und doch da ihr könnt ja eigentlich hier bleiben ich rennen mal der obersee wir werden alle und schenken weil ich finde ich das geil wie die 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 gräber gemacht sind aber nur so autoreifen als schilder voll die geile stadt niemand auf den straßen und so werden voll viele einwohner auch ja du kannst mich setten wie alle anderen du kannst mich setten wie alle anderen wie alle anderen und dann und dann und dann was ist das hier akte z hey lol wie kann man denn ach so das ding ist noch kaputt ja wir müssen doch erst außerhalb dieses dings holen ja lol wenn einer den auftrag annimmt haben wir alle den angenommen ja so ihr könnt es reparieren ja ok ich benutze sie nicht aua ach sind da noch die homo schilder schlimm man kann sich ja ein schild kaufen du solltest die maschine benutzen um zeug zu verkaufen das du nicht mehr brauchst und dir dafür ein erste hilfe kit zu lege um siehst du schon mal wartet die noch kurz wegen schild weil du jedenfalls die sich für meine arbeit braucht man kein doktort ich glaube die leute fühlen sich einfach gut aufkommen bei mir geben jetzt damit die nach es nützt die ein Problem mit und tun ich muss nur was für die drei die schilder sind ausverkauft und lebt sich bei mir mein schild sich auf acht banditentür muss man eine neue waffe auswusten ja warum seid ihr alle drei auf Magnus weil wir cool sind verdammt nee eigentlich bin ich nur mal mit dem Video weil ich cool bin ja wir müssen kämpfen keine Angst es dauert noch nicht lange wo ist Magnus ja komm gleich so bin fertig Leute wie groß du bist hast du siehst du auch von da oben oder was ich seh dich ich seh auch von oben ich kann dir auf den Kopf gucken ey du hast du ne geile Kette beziehungsweise ist schon ne Pfote dran und so Alter wie das gar aussah Alter ich hab ja 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 na siehst du schön die Waffe auf dann willst du das zu mir schön die Waffe auf dem Schwanz gerichtet ey gibt's gar nicht ich gib sie gleich richtig hart ich glaube das geht nicht mit der Soundeinstellung ich hab grad mit den Zuschauern geredet ich hab grad mit den Zuschauern geredet das ist gar nicht wo sind hier die Zuschauer ich dir keine die 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 wollen alle Abonnenten umbringen Abonnenten will das sind Leute ich hab gehört die mögen alle Justin Bieber boah kritisch bitch voll das Unding hat er grad gesagt was seid ihr für oben Söhne ich hab Medikate gefunden ich hab Medikate gefunden ey hier ist das drin das ist ja voll der Ballermann hier Ballermann yo geht's grad durch Alter was nimmst du hier einfach alles weg man da war sowieso nichts ja extra nicht mal ne Shotgun komm 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 oder kann ich auch FMG so machen ey ich glaub da war ne Shotgun warte mal ich leg sie dir hin ne jetzt war noch ein Sniper die ist 6 doch ne Shotgun auch 6 x 11 ist die Shotgun wo ist denn das ist die besser warte i 6 x 11 Damage 9 x 9 5 x 9 hab ich nur gib her gib her gib her ah ja wo ist die da das ist schon fertig Alter wie fix geht denn das ah hier irgendwo wo ich hab doch noch ein probat ne doch da kommen jetzt die Fischern rein ja es sind unendlich aua alter ja ich bin jetzt jetzt auf Half Life oh ich bin Level aufgeschrieben ich auch komm ok ok ja weil ich muss noch meine Schottimonie hier aufsammeln so wir gehen zurück Delta tu 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 ja das ist ein Abgrundturm also hier liegt was 11 Dollar ey man kriegt das Geld ja auch selber dazu ja wenn einer auf man ohne euch Geld schon wieder wie du schneller bist als ich dieser Scheiße warte Schätzchen schreckt mehr und Prozent vor allem nur am Rennen sind die Sommerabend hier das ist jetzt gar nicht worum es geht die Zuschauer genau ja also eine Stimme die haben wir sowieso schon er sollte ja nur die Abonnenten und die Partie die die haben weil die alten Scheiße waren brauchen neue ja wir wollen und neue an hier als wenn wir Abonnenten hätten das stimmt die Abonnenten sind scheiße ne die sind nicht Abonnenten geil die sind nur klickgeil ne ich bin so gar nicht Abonnenten geil ich stell gar keine Videos rein ich hab mich grad erschreckt von ihm du hättest dein Gesicht so aus Druck sehen sollen ja das ist mein Lutschen oder warum machst du mich so an naja ich hab' ich gesucht ich hab' keine Sorge wegen mir ich kann auf mich aufpassen ich komm schon klar ja wir sind hier auf Scheiße also der ist ein Pinker Typi ne so hast keine Info ja was Kieran die Form gesagt hat beim Arthesslip ne Guck mal wir sollen ihm Vorräte sammeln und hier ist schon ein Schinken 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 ist lecker ich verstehe warum es wieder haben will und ja nur noch mal weil ich gemessert habe ein Köln die Werte die Werte die Gäte die Gäte die Gäte die Gäte ich singe ich ich sagt euch die er sieht der Bauer das heißt soll ein er merkt und vielleicht sind die Stufe höher voll stark schon er hat sich damit entdeckt nein Nein, tun sie nicht. Kannst du hier ins Anfangsgebiet zurückfahren später und dann machst du dich richtig fertig. Ja, was denn? Hast du ein paar Probleme? Der Dicke ist voraus. Würde ich mich da. Der Dicke ist voll fett, Anna. Du hast es erfasst. Das sind alles Muskeln. So wie mein Arsch. Der hat richtig spiked, weil der ist knackig, ne? Echt, habe ich spiked stieg? Ja, wie eine Würste. Oder wie Bockwürste, oder so. Ey, warum kommst du nicht weg? X, ey, geil. Ist immer schön gesellt. Jo, ich bin level 4. Ich level 3 noch. Alle level 3 außer E, alter. Loop, loop. Ey, wieso? Hecker. Uuuh. Lol. Der hat zum Beispiel die Banditen da. Alter, scho- lol. Fuck, ich hab noch 15 HP. Wie kann man einen Medi-Pack nehmen? Bäm, Headshot, bitch. Nee, wie kann man einen Medi-Pack nehmen? Ach. Wie man einen Medi-Pack nehmen kann. Ja, mit E. Was, glaub ich, noch gar keins einer mehr. Ich hab eins mit mir gekauft, schon in dem Laden. Ja, dann drück ich den Kabulator und dann Inventar. Da ist es. Kabulator? Ich drück einfach I. Und da ist es dann. Das muss ich... Okay. Achso, man muss das immer so auswählen. Das ist ja... Wartet auf mich. Man kann auch, glaub ich, später Tastenkürze machen. Weiß ich auch nicht mehr. Ich tanze, ich tanze! Ich tanze! Oh, schöne Warte. Check mir auch. Oh, man kostet so viel. Scheiße. Simon. Oh man, 2.900. Ich hab 2.3. Da ist mal 6. Was hab ich denn von mir verknallt? Hab ich die gegeben vorn. Das ist die. Das ist die gleiche, die hier auch drin ist. Ich hab mir meine Schockgange gehabt. Aber wo guckt ihr denn? Ich guck mal, ob die Leute... Ah, hier ist noch Geld. Vor allem in so einem Lahn kann man einfach so Geld nehmen. Hier ist noch ein Gemini. Hey, ich hab mir meine Schockgange gehabt. Ich bin mit dem Schockgange. Ich bin mit dem Schockgange.